Ich bin wieder zurück nach der kleinen Pause. Willkommen an alle die eventuell gerade neu dazugekommen sind. Ich bin in WoW Classic unterwegs mit der Zauberin und zurzeit im Westfall mit Level 13. So das heißt wir gehen direkt wieder rein und spiel und ja questmäßig ich brauche Gnolltatzen wenn die irgendwo rumlaufen gerade ich brauche Ausplünderer und ausgeplünderte und ich bin am Sammeln sofern irgendwie Kräuter hier stehen die ich sammeln kann. Diese schönen Teilchen kann ich da nicht einsammeln wenn die natürlich lecker wären sind sie aber nicht für mich nicht möglich da ich schon mich entschieden habe für den Beruf der Kräuterkunde und der Alchemie. So viel ist platt sehr gut nämlich und ganz schnell. Bitte? Nehmen wir diese Kräutersammler. Ja die Kräuterkundler. Ja ich sag jetzt mal so. Für so ein zartes Zauberchen hier, Zauberinchen ist das ja eigentlich doch schon besserer Stil. Ein paar Blümchen zu pflücken. Wiener weiter brauche ich eigentlich nicht. Ein paar Blümchen zu pflücken als jetzt irgendwo auf Stein rum zu klopfen. Muss man ja mal so sehen. Ich will überlegen ob ich mal anders hingehe. Das ist das erste Rennen hier jetzt inzwischen noch wieder zu viel rum. Und Indemine möchte ich nicht. Davor sind zu wenig. Dann bewege ich mich lieber irgendwo auf dem Hof. Auf dem Gehüft hier vorne vielleicht. Das heißt hier bei dem. Da ist der Hof. Doch Axel Stunz Bauernhof. Genau. Was, 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 was? Oh. Ähm. Da mitten durch ein Feld mit Erntegolems gelaufen. Das ist gar nicht mal so gut. Die Resetten gleich irgendwann. Direkt aufs Auge gekriegt. Erstmal direkt die Hucke voll gekriegt, ja. Ah, da kommen zwei, wenn ich das richtig sehe. Richtig? Der eine läuft, der andere castet. Dann nehme ich erstmal den Caster. Das ist sinnvoll. Bis der Läufer bei mir ist, habe ich den Caster halb tot. Kann ich den Läufer hinstellen? Ach, den hat schon einer weggeholt. Sehr gut. Noch einer drauf gewartet. Very nice. Man muss ja sehen, wo man bleibt, ne? Wasser nimmt aber auch keinen mit dazu. Passt. So, hier sind auch irgendwann wieder Plünderarchen. Ich frag mal, ob es eine Gruppe gibt. Das kann ich komplett überlesen, oder so. Das sind drei Stück. Drei Stück. Das war nicht meiner. Okay. Hätte ich mir mal da einfach einen von rausgezogen. Habe ich aber nicht. Okay. Dann der nächste. Kann schon eine volle Gruppe zu sein, deswegen, äh... Ich sehe mich gleich beim Level Up. Oh, sehr schön. Das ist gut. Da vorne steht doch einer. Will ihn keiner haben, oder was? Kann sein, dass die gerade woanders beschäftigt sind. Immer nehmen wir schicksal weg hier. Bin ich auch noch angeschnitzt. Oh, da hat man eine Ausplünderung aus. Ausgeplündert. Perfekt. Wieder weg hier. Oh, das ist vier Quests in der Instanz fertig. Zwei fehlen noch. Oh, 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 oh. Da geht was. Eine der umfangsreichten Instanzen, ne? Mit... Mit sechs Quests, die ich jetzt hatte. Ich weiß nicht, ob es auch so sechs gibt, oder so, aber... Da kann ich jetzt mal gar nichts zu sagen. Habe ich mal hier hin. Von hier aus müsste ich dann direkt einen ins Kreuz kriegen, weil ich glaube, hier vorspawnt einer. Und da hinten spawnen zwei. Das heißt, ich komme von hier an die da hinten dran. Hoffentlich rechtzeitig. Und ich komme auf jeden Fall an den dran, der hier ist. Da muss ich echt mit allen Tricks arbeiten, du. Blundi! Mitten im Mast, sehr schön. Die Sicherheitsstufe dieser Daten ist so hoch, dass man eine neue Zahl erfinden müsste, um sie zu beschreiben. Bitte? Ich habe hier gerade eine Itembeschreibung. Ja. Die Sicherheitsstufe dieser Daten ist so hoch, dass eine neue Zahl erfunden werden müsste, um sie zu beschreiben. Hahaha. Wie kommt man denn auf sowas? Der ist ja geil. Das hat mich erwischt. Verdammt. Moment, jetzt muss ich erst mal den hinstellen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ja, kriege ich ihn wieder? Das wäre schön. Bei dem habe ich nämlich gerade resetten lassen. Damit ich den anderen loswerde. Könnte mir natürlich immer die Caster zuerst holen, dann kriege ich aber niemals die Ausplünderer zusammen. Weil die Plünderer Caster, die Ausplünderer, kloppen. Vom anderen Hand. Ich hatte alle seine Vor- und Nachteile. Hm. Ich persönlich glaube ja, dass hier gleich wieder welche kommen. Mit dem Glauben ist das mal so eine Sache. Germaßen richtig. Sehr schön. Sehr schön. Da kommen welche. Die schnappen sich jetzt gleich den anderen. Trink, 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 trink. Tropfen mehr. Kein Tropfen mehr. Ich bin verbrochen worden. Aber ich habe jetzt 7 D-Fers getötet. Das heißt, jemand hat den für mich getötet, während ich tot war. Was? Habe ich wieder 5 Kilometer laufen? Ich glaube, das war nicht. So. Ihr wird erstmal keiner mehr spawnen. Deswegen werde ich mich erstmal hier wieder belegen. Guten Tag. Total. Oh, muss das. inci vor. Oh,etrsten. �, бу leaving. Oh,etrsten. Oh,etrsten. Oh, da. Oh, malware. naja so langsam aber sicher geht es aufwärts hinter natürlich auch noch mal wie küsste ist ja direkt nebenan lauf normal zur küste rüber dann vielleicht ab dem weg noch ein zwei genauer machen vielleicht sind die bis dahin ein bisschen fertiger da mit ihrem ihrer quest ja da zum beispiel kloppt gerade jemand ein genollchen a2 das sind die neuen lager genau aber auch schon irgendwie belagert das lager wenn er gerade fest dass ich ich habe gerade was gesehen was mich hier gerade wieder was mir gerade wieder schmerzhaft bewusst wird dass ich den zauberer so lange nicht mehr gespielt habe dass ich schon gar nicht mehr checken was du überhaupt für fähigkeiten hat warum verwandt ich das andere viel nicht einfach in ein schaf wenn zwei da sind könnte so einfach sein aber wenn auch schon 1000 leute rum jetzt du merkst richtig dass es auf den späteren abend geht das hauptzeit wird es ist echt wieder zum auswachsen hier ich scheine auch irgendwie in gruppen organisiert zu sein zumindest auf die nachfrage ob es in der gruppe gibt eine antworten einfach versuchen die man einzuladen passiert das eine teil wird jetzt ein schaf das andere teil auch mal weg auch wo ist es da funktioniert der plan ist aufgegangen wenn auch weniger oder weniger schlecht als recht ich bin noch ein bisschen aus der übung muss ich gestehen so aber zumindest ging dann schon mal etwas besser läuft man ewig weit nur weil man einmal verreckt das das war jetzt der allgemein schlimmste punkt der instanz kurve kurz vorm endboss sagst du aber wieder sachen die weiß ich doch macht dass du ich praktiziere dass das doch hier quasi endlich zumindest etwas häufiger wie sonst mit dem sterben weil die erscheinen halt alle immer überwiegend zu zweit und dementsprechend kriege ich natürlich dann auch aufs auge das problem sind in meinen augen immer die caster gewesen ja genau die halt wirklich damage drücken das ist halt der punkt deswegen ich halt versuche die die caster als erstes aus dem spiel zu nehmen gerade hatte ich mich halt verklickt war das problem da hatte ich den caster außer acht gelassen und habe erst den mili angegriffen und deswegen bin ich natürlich dann direkt wieder gestorben so ein bisschen ne 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 ok moment defias casta bitte scharf funktioniert oder was sie müssen die ausgeltend hinter mir erscheinen das macht keinen spaß echt das macht gerade keinen spaß überhaupt nicht überlegen ob es noch irgendwo welche gibt die ein bisschen kleiner sind aber ich glaube nicht das problem ist ja teilweise nicht der schaden kriegen sondern das ist halt lange braucht bis man den schaden hat raus hat aber den anderen bach den das jetzt erstmal weg mit der rüste jetzt mal den hier rein und den hier rein so ein bisschen aus dem teil heraus gehen so ich muss richtung sperrgruppe damit ich zu meinem zauberer lehrer kann richtig wir sind hier echt total nett erstmal alle schnell an kloppen und dann ein weg machen aber da siehst du dass die in der gruppe unterwegs sind da scheinen drei mann zu sein wieso die nicht einen mehr in der gruppe nehmen können weiß ich nicht keine ahnung muss ich nicht verstehen vielleicht lesen sie den chat auch nicht das kann natürlich genauso sein dass sie den chat überlesen das jetzt staubteufel ich muss näher ran ich muss näher ran man sollte sich auch nett bedanken wenn man schon hilfe kriegt dann kann man auch mal dank mal nett thank you sagen komisch das ist ein deutscher server man schreibt aber trotzdem auf englisch weiter t y wie auch immer und ich nehme hier noch mal so die greifen zähne und so weiter auf dem weg liegen nehme ich mit und sollte ich bis zum links auch einen abhaben und dann kann man dann klachen halt fertig machen Level Up ich bin außer reichweite das sieht aus Entschuldigung tut mir irgendwie sehr leid das lädt immer noch auf man ich noch ein vier oder so ein zwei vier ja noch maximal zwei würde ich sagen und da wird aber noch was zu finden sein wird das bisschen an ep was da noch fehlt kann ja nur wirklich nicht mal wahr stein oder mal da zum beispiel ist noch ein fallen stellen können wir doch einfach mal weg krupsen immer noch keiner keiner fehlt noch okay dann der fleischreiß da war das ab endlich und noch eine leichte fehler gekriegt direkt sehr schön der ausbilder ist in kann ich nicht hinfliegen dann ausbilder ist auch in der stadt ja in der stadt ist auch eine aber desto weiter in der stadt muss ich so viel so viel hinlaufen mein ausbilder sind der stadt sonst müsste es noch wesentlich mehr laufen das ist wohl wahr es ist sehr wahr außerdem bilden glaube ich die kleinen lehrer gar nicht so weit aus meinst du bin mir nicht sicher ich habe da eine ganze menge sachen noch gesehen an nicht möglichen sachen ich glaube schon dass sie soweit ausbilden ich meine ich gehe sowieso mal in die stadt von dem herrsinn einerlei in 50 leistoff ob die schweißig mal ins lager sind eine menge verbände da kannst du mit skilln aber auch 28 habe ich aber schon rumfliegen die verkaufen oder was verbände ich habe immer ein stack in der tasche das verkaufe ich echt das ist natürlich eine maßnahme mein leinverband ist 51 jetzt gerade wie viel brauche ich zum wenn du sowieso dass die bis geste einfach mal ins kathedrale genau kathedrale zum ersten lehrer da und wenn man mal tun das heißt ich werde das jetzt erstmal lassen noch ich werde erst mal die restlichen eber fleisch brocken skillen so alle dann noch ein kräuter gebackenes ei sehr sachen die muss man ja auch mit dazu machen das internieren lassen sonst kommt man ja mit seinen berufen gar nicht weiter muss man nachher hinterher laufen das ist ja noch schlimmer wenn man sie nicht mitnehmen so dann gucken wir doch mal eben wie viele habe ich denn jetzt überhaupt hier mit gerade generell so geröstet das eberfleisch ade 0 tatzen bleiben eber gedärme braucht kein mensch und weg und hat zum bleiben wo sie sind der eberhaut kommt weg milch kommt weg was ist das da tempo 2,8 schaden 20 bis 30 der 16 bis 15 stärke stärke ach komm ich nehme den mal werde den stab gleich mal anlegen im wechseln und den hier verkaufen linkrad weg performter umhang projotenfleisch kann ich glaube ich nicht benutzen gewürztes wolfsfleisch aus jeniges wolfsfleisch für jeweils habe ich natürlich nicht hier geringer heiltrank werde ich jetzt erstmal verkaufen das habe ich nämlich noch ins deck mehr herumfliegen ihr sagt werdet ihr halte die 15 minuten lang vier punkte ausdauern willenskraft weg ja was für kämpfer ausdauern willenskraft kannst doch nehmen ja aber nicht als buff da nehme ich dann lieber das ei mit moment also ausdauern willenskraft ja gut ne dann nehme ich lieber man selbst gekraftetes ei habe ich mehr von so verbände 21er stack habe ich da ist noch ein 8 da kommt erstmal weg bleibt bleibt einmal kurz bei alchemie gucken was ich da noch machen kann im moment gar nichts weil ich kein silberblatt habe ok silberblatt könnte ich natürlich theoretisch noch was einsammeln wenn ich jetzt zurücklaufe aber muss ich ganz schön lange weg laufen deswegen fliege ich jetzt zurück zustand reife meister zu mir geht's ich brauche einen flug und zwar nach stormwind bitte ich brauche ein podmi ja können die auge brauchen leider etwas zu teuer ich habe die günstigen dinger lang bei 80 gold und die anderen die etwas wertigeren schnelleren die lang bei 1000 gold da muss so eine alte zauberin wie idee lange verstritten weil ich mal 1000 gold wenn du die über hast von fährt heftig nicht nur überlegen ob ich gleich auf dem rückweg ob ich den rückweg gleich latsche damit ich noch ein bisschen was sammeln kann wird ja wahrscheinlich eben mit den quests da nicht auskommen der will wie sich ab gewissen punkt wäre sowieso noch mal nach ins rotkammgebirge geschickt dann geht es jetzt so platzmäßig planmäßig geht es jetzt erstmal zur kathedrale von der kathedrale aus geht es dann rum zum magerviertel und ich gehe erst zum mager ich gehe erstmal zum mal erst mal geld ausgeben erst mal geld ausgeben genau erst mal geld ausgeben davor werde ich jetzt erst mal kurz zum moment wo bin ich eigentlich im wald moment so da so geradeaus links so ich wollte zur zur handel zur bank und zur handelsbank so bank mal also bringt man geld in die bank was bringen wie die bank zeug eines voller ärzte eine bank ist voller ärzte ja gut er hat es ja was wert 10 silber was was ich nehme mal eben 10 silber kauf mir mal ganz kurz ein taschenplatz den grund dafür ganz simpel und einfach da kann ich ganz bestimmte sachen reinpacken wo sind sie denn bestimmten sachen nicht daran da wollte ich nämlich die komischen rezepte alle reinpacken wie ich verkaufen will was soll verkauft werden die schneiderei das benötigt auch schneiderei das ist kochen das brauche ich selber das kommt hier hin hat wird es so damit hin auch nur 20 selbst im lager kannst du nur 20 stapeln das ist ja natürlich auch mitnehmen können mit dem bedanken dass ich sowieso ins lager wäre die nehme ich vorsichtshalber noch mit die kommen weg erstmal und friedens blümchen so sonst noch irgendwas was da drin bleiben kann ja hier malachit brauche ich glaube ich auch nicht wäre auch was zum verkaufen das benötigt kochkunst das kann ich selber gebrauchen aber ich weiß nicht ob ich das unbedingt mitnehmen muss bestfall eintopf und links das lasse ich mal hier erstmal das kommt hier hin wilde gewürze kommt hin 0 tatzen brauche ich hier und das ich habe schon wieder ein zeug mit mir rum das ist echt die wahre von ganz kurz wenn ich sowieso in der stadt bin und gerade keine mana brauche kann ich auch mal eben was nach produzieren das live im wasser wegschmeißen das handeln habe ich jetzt gemacht wegschmeißen so kann ich das wasser eigentlich handeln wenn ich welches hersteller ja das hergestellte wasser kann es handeln ach so anders handeln ja bei demjenigen verschwindet das dann aber auch nach einer zeit das ja entweder nach nach für stunden oder sowas wenn man sich ausguckt irgendwie sowas sagen weil irgendwie geht das dann doch auch weg ich habe meine verschaft mir das hier gerade so ein bisschen doof warte mal herbeigezaubertes wasser habe ich jetzt 15 habe ich davon nur 15 noch mal noch mal irgendwie habe ich gerade mit dem box gemacht hat deswegen erstmal weiter stapeln und den rest jetzt habe ich von beiden 20 so sollte es eigentlich sein er hat den neuen stapeln nicht aufgeteilt hier geht so ab zum einbilder ausbilder wobei ich habe das gefühl die sind noch ein bisschen eingebildet das war schon bei iron immer so eine sache wenn es spiegelschild gab hast du gerade hast du dir gerade böse selbst aus auge gegeben der caster flog zum gegner und er kam halt wieder zurück das ist übel so was tut doch weh mensch macht doch nicht so was ich habe der vorteil dass man jetzt hier noch keinen ich sag mal so ein monster hit hat irgendwas was richtig weh tut uns da hätte ich muss mal etwas gucken das war richtig hier weil es gibt ja schließlich auch noch so was wie in er muss man auch mal hin und wieder ein bisschen reagieren wenn man dann was gefragt wird was kann ich für euch tun nein will ich nicht was was macht kriege ich denn immer an ich klicke immer auf ich möchte meine talente verloren die sprechblase ist mir irgendwie sympathisch was auch nicht wieso was gibt es hier schönes akane explosion gibt es brauche ich die ja ist manchmal sinnvoll aber auch manchmal sehr nervig ich nehme mir einfach mal mit kann intelligenz kann ja auch mitnehmen ja so die solche summe nehmen das ist mein wach dann habe ich noch ein feuer schlag im angebot sehr schön euer schlag an zwei wie geil ist der denn das geht in die vollen und noch mal der frostblitz an zwei sache ja level 14 das gab jetzt erstmal böse was aufs dach hier erst mal meine leisten bestücken ob das hat sinn so schießen schießen brauche diesen bauker mensch habe ich noch nicht habe noch kein zauberstab kann ich immer noch gucken aber ich glaube den kann ich mir noch nicht leisten außerdem gibt es glaube ich bei der magierin bald eine quest mit der ich einen krieger 15 16 schon aus einem graus ausrufezeichen oben drüber seid vorsichtig so einfalls lange feuer haben wir noch nicht diplomatie ist passiv 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 angreifen ist aktiv kräuterkunde schießen das ist alles beim alten geblieben sehr schön ak so keine intelligenz 2 bitte auf die leiste dankeschön haben wir jetzt eine intelligenz rang 1 liegen warum eine intelligenz rang 2 hätte ich gerne dorthin gepackt jetzt hat es gibt frostrüstung ist das noch nicht so dann brauche ich keine geschosse auf ein feind verursacht drei sekunden pro sekunde 25 punkte akanschaden wirst du schon vorher gehabt haben aber nicht auf der leiste ich habe frostblitz auf der leiste ach ne wie heißt das hier doch frostblitz hat keiner geschossen kriegst dann aber auch relativ früh ja habe ich mal noch nicht auf der leiste gezogen warum weiß ich nicht ich kann mir überlegen wo ich mir den hinpacke aber den pack ich mir mal auf 1 schiebt die man alle an weiter hoffe ich verklick mich danach nicht als oft wo er kein intelligenz 2 ist drauf frost muss das muss ich gucken ob das passt dann mal fall habe ich marki dämpfen habe ich da keine explosion die kommt hier hinter das eis ding frost nur war keine explosion beides eis wunderbar und das war es damit auch schon feuer so feuerball rang 2 hat er bei drei habe ich sogar 23 natürlich feuerball rang 3 was von off the last so dann brauche ich den feuer schlag 2 hat er automatisch update gemacht hat er automatisch update gemacht irgendwie komisch war so feuerball 3 feuer schlag 2 jetzt muss ich noch nach frost gucken frost rüstung 2 hat er auf der leiste richtig ja frost nova habe ich nur 1 ist richtig frost blitz 3 habe ich zurzeit 2 auf der leiste da dann die automatischen eine geschoss 1 wobei er keine geschosse ist natürlich eine super sache weil die halt ja hatten ich sag mal wie so eine art gift ist so jetzt muss ich mal nehmen was gucken talente talente feuer talent punkte 2 so dann werde ich nämlich erstmal mein feuerball noch verbessern auf 5 so dankeschön das nächstes kann man nämlich dann eure kritischen treffer von feuer zauber lassen das ziel vier sekunden lang wird zusätzlich acht prozent eures zauberschadens brennen hatten wir dann käme flammen werfen erhöht die reichweite eurer feuer zauber um drei meter und verringert die abklingzeit eures feuers feuerschlag um 0,5 glaube das wäre super 0,5 weniger das ding hat acht sekunden das heißt es wäre dann bei 6,5 wenn ich da drei drauf packe das hätte schon was spontan zauber 6,5 statt acht sekunden ob ich böse geil gut dann erst mal wieder raus aus dem kochkunstlehrer war boah lass mich mal ganz kurz überlegen in der altstadt meine ich ja kochkunst war in der altstadt da muss ja noch mal vorbeigucken und jetzt auf dem rückweg werden wir muss ich eigentlich muss ich eigentlich bei kräutersuche auch irgendwas machen naja nur zwischendurch mal zum lehrer ja das ist ja die frage muss ich zwischendurch zum lehrer oder nicht ja nur mal hier so zu 125 zu 50 äh 200 immer am sammeln jetzt das ist eben die frage ich gehe da mal eben rum 50 da war ich ja auch noch nicht da aber der ist hier auf jeden fall das weiß ich ich werde mal eben kurz da ist mein kräuterkunde lehren und so bildet mich aus sehr schön benötigt kräuterkunde 50 kräuterkunde geselle dankeschön nicht geselle lebt wohl alchemie geselle seid gegrüßt so was brauchst du du willst 50 kupfer haben für den schwachen troll blutrank was kann denn der nutzen eine stunde lang fünf was eine stunde lang alle fünf sekunden zwei punkte gesundheit regenerieren auch nicht schlecht und den schwachen mal nach dran sehr schön also die beiden die würde ich jetzt erstmal mit als bilden ist ein silber okay sein vorsichtig so jetzt muss ich einmal zum kathedralen platz das ist eine reine überlegen wie lange ich jetzt schon in dieser inneren bin weißt du angefangen zu streamen zwei stunden sechs minuten ich war schon eine knappe halbe stunde drin glaube ich ich glaube du hattest vorhin gesagt irgendwie du wärst da schon wenn du schon eine zeit her ja gut das ist jetzt eigentlich noch der end boss plus ein paar mobs für quest items das war's und dann erst mal das gesäß ausschütteln ja sozusagen das b-quests abgeben b-level 30 werden und c dann ins bett gehen keine ahnung 10 ins bett gehen wieso wie haben wir denn zehn nach neun eben so früh ja aber bei mir klingelt ja auch um fünf wieder der wecker okay das erklärt das ist verständlich ich glaube mit der option würde ich das wahrscheinlich auch tun dafür kann ich mich aber morgen wieder um sich vor den rechner setzt filter die nicht verfügbaren so benötigt erste hilfe 50 glaube ich den muschigen erst der hilfe 37 ok dann werde ich da mal eben ein paar verbände herstellen wie sie machen wir einfach bitte macht ihr doch mal ein paar verwende ich mache mir ein paar verbinden einfach mal durchs killen immer gespannt ob das ausreichend ist weil so ja man nennt geht das natürlich nicht höher muss immer ein paar herstellen bis das dann doch immer so zwei bis drei jetzt eine stufe höher wurden und 41 44 45 45 45 45 46 46 meine gute 47 34 verbände möglich ach also 48 48 habe ich vergessen zu sagen immer noch 48 49 49 meine gute 50 so stopp was kannst du mir jetzt was kannst du jetzt gutes für mich du benötigt erst der für 50 haben war erste hilfe geselle und gibt es noch nicht hier den ehrenbrücken ist dann dazu machen wieder aufmachen ja richtig jetzt geht's ja das kriegt er nicht hin so wunderbar so dann den schweren laienverband den kann ich jetzt herstellen sehr schön ausbilden sehr gut das licht segne euch und dann würde ich sagen stellen wir doch mal so was ähnliches her ein verband schwerer laienverband schwerer laienverband dafür einfach nur zwei laienstoffe ok dann stellt die doch sind relativ simpel einfach mal herstellen so alle herstellen das geht aber dann nehme ich doch lieber den schweren laienverband mit habe ich mehr von vor allem geht das der skin level schneller hoch jetzt bei 150 sehr nett also 57 von 150 er geht auf jeden fall schon mal mehr zwischendurch cool sehr cool ok jetzt muss ich kann ich jetzt noch was machen hier den könig freund noch nix noch nix weiter ok dann gehe ich mal das nächste wäre mit 80 das natürlich noch ein bisschen hin so viel läuft hier noch nicht ein alter diener ach nee alter diener heißt so kochkunst kochkunst altstadt heißt das das ist ja schon so bin ich denn jetzt jeder einen platz einmal rum ich bin auf dem weg zum zwergendistrikt verkehrt und ich denn im zwergendistrikt wollen ist doch nichts was ich machen kann oder was ich jetzt mal was ich mal hätte machen können ich ein bisschen angeln können weißt ja auch nie getan um da den skill noch ein bisschen hoch zu bringen aber angeln ist halt so eine sehr langwierige sache du stehst nur rum da muss ich ja sagen das haben sie ja bei black desert interessant gemacht da kannst du halt die afk zeiten nutzen zum angeln das heißt mit mit anderen bleibst du quasi im spiel machst du stellst dich einfach auf angeln und anders dann quasi die ganze zeit automatisch jetzt muss ich überlegen als stadt sondern das war glaube ich rechts rum wenn mich die alles täuscht muss ich überlegen das ist leder gewesen das war es sieben da hier muss ich wohin irgendwo links hier war das das ist aber der händler für schwere rüstung kann ich trotzdem an uns ankaspern ein paar verbände verkaufen oder so weil ich habe hier leihenverband weg weg den schweren leihenverband habe ich jetzt 13 von nämlich über den schweren über 13 schwerer als 20 und mittlere oder kleine okra schot ist doch auch weniges geierfleisch aber nicht der kann auch weg für war denn die okra schotter gut okra schotter quest drei stück in westfall ein top oder so und die kann ich ja noch nicht machen irgendwie war da was ja gut du brauchst jetzt nicht unbedingt die alten zu den westfall eintopft warte mal da ich guck mal selber kurz äh wo ist er denn westfall eintopf hier da kannst du auch genauso gut hier eberrippen eifertzahne leber aber gibt es genug anderes aber erst mal die okra schotter aus hier damit verkaufen da habe ich halbzahn schnauzen die brauche ich und den genott hat zum haus so für die allianz wofür brauche ich die denn ich kaufe und handle moment wofür soll ich denn die greifzahn schnauzen brauchen die brauche ich gar nicht auch nur die genott hat und gar nicht ist er das thema auch erledigt und schon habe ich nur noch zwei taschen mit würde ich mitnehmen muss kochen war hier klingen da gibt es klingen das gast da wo der krug da wo der krug wo und ist das gasthaus und da hinten ne schank wird moment oben war der meister der kochrezepte gibt es hier ich liefere nur feinste waren und sind mit e-barrippchen dankeschön dann braucht ihr sagen so badehammer und wird ach das war hier irgendwo rechts durch nach unten genau hier war es kochkunstlehrer braucht ihr etwas ja so ein bisschen ausbildung glaube ich wäre cool geht aber noch nicht 50 habe ich denn 39 na gut dann seht sie ich wäre natürlich schön gewesen mich das jetzt auch noch hätte mitnehmen können aber leider leider nicht so dann geht es erst mal wieder was habe ich gesagt umgreifen oder ich wollte das stück glaube ich laufen damit ich meinen dann noch ein bisschen hochkriege da sehe ich das jetzt gerade verkehrt irgendwie sowas in der richtung hast du erwähnt meine ich doch soweit ist der weg ja nicht aber auf dem weg dahin gibt es doch einige kräuter zum sammeln denke ich in die richtige richtung laufe nicht warum damit habe ich mich schon so oft verlaufen man geht auf keine kuhhaut aber ist das das kleine stormwind nicht das große richtig richtig sagen dass mini stormwind ohne hafen in grad aus dem überlegen aber 25 silberlinge ich brauche jetzt im moment erstmal nichts mehr deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier zum meister der tasche besorge mir noch einen weiteren ich kaufe und handle acht platz behälter zack und pleite ist er zack mache ich mit dem sechs platz behälter ich habe genug sechs platz behälter glaube ich oder ne habe ich nicht für die allianz ähm im lager müsste ich glaube ich äh drei sechs platz behälter sind liegen haben noch einen bisschen eingesetzt und einen vier platz behälter den kann ich dann verkaufen rauchte etwas diesfach so genau eins zwei drei vier fünf obwohl und tut ihn dann mit hin solange es noch irgendwie passt der nächste kostet ein gold die nächste erweiterung ist eh too much für mich jetzt habe ich hier habe ich jetzt die äh wolltaschen acht platz behälter und hier habe ich brauner lederrands nach platz behälter vielleicht doch mal beim handelsagenten kommen soll wäre vielleicht günstiger gewesen halb so wild alles halb so wild so schön das heißt tasche ausgebaut äh berufe geskilled ähm die leisten belegt durch oder danach ähm meine ähm äh Zauberskill und einmal die Buffs neu drauf machen sehr schön so dann werde ich jetzt hier im Ausgang von Stormwind nochmal ein kurzes Päuschen einlegen ähm gibt mir so zwei drei Minuten dann bin ich wieder bei euch bis gleich